Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben heute wieder ein besonders aktuelles Angebot für Sie. Es sind Bachformen, die Sie in allen Go-B-Centern zu Schlagerpreisen bekommen. Die Springform oder die Geksform oder das praktische Küchenblech und die glatte Herzform. Das sind alles Original-Kuhnbach-Formen aus solidem Stallblech. Aussen sind sie schön rot emailliert und innen haben Sie eine Antihhaftbeschichtung, damit ja nichts anklebt. Jetzt zum Küchenbacken habe ich gerade noch einen Tipp. Tönen Sie doch die Rosinen oder die Weinbeere mit ein wenig Mehl vermischen, bevor sie in den Teig kommen. Dann werden sie nämlich raucher und sinken so im Teig nicht so leicht ab. Ein weiteres Schlagerangebot, und zwar im Preis und Qualität, ist die zöhnende Küchenwaage. Es gibt sie in Gel und Orange. Sie hat ein grosses Zifferblatt, den man gut ablesen kann, und eine grosse Schale, die man abnehmen kann. Um gut zu backen, gibt es diese lustigen Förmchen. Übrigens, wissen Sie, wie die Zimmelsterne schön weich bleiben? Tönen Sie einfach ein Stückchen Orangenschalen mit dazu. Die Gaube hat alles, was Sie zum Backen brauchen. Zu den gewohnt günstigen Gaube-Prisen natürlich. Das Mehl, das jetzt gerade aktion ist, die Eier, Rosinen, gemahne Haselnüsse, Backpulver, Kochbutter, Margarine und noch viele andere feine Sachen. Apropos Margarine. Die Bonjour Pflanzenmargarine ist aus reinem Pflanzenöl und Pflanzenfett und hat einen hohen Gehalt an lebenswichtigen Fettsäuren. Die Bonjour Pflanzenmargarine gibt es mit und ohne Butter in den 250 Gramm oder in den 500 Gramm Packung zu Gaube-Tiefpreisen. Sie enthalten viel Vitamin A und B2 für Ihre gesunde Ernährung. Die Frische können Sie am Auftrag des Verkaufsdatums immer kontrollieren. Und mit der Gramm-Einteilung auf der aromageschützten Alufolie können Sie genau dosieren. Was ja beim Backen besonders wichtig ist. Bleibt man noch gerade bei der gesunden Ernährung. Jetzt ist wieder Orangenzeit. Die ersten spanischen Orangen sind erntefrisch in den Kotbläden eintroffen. Die Orangen sind ja vor allem bekannt wegen ihrem hohen Vitamin C-Gehalt. Sie enthalten aber unter anderem auch 13 Mineralstoffe wie Phosphor für die Nerven und Eisen für die Blutbildung und 14 Vitamine. Neben Vitamin C zum Beispiel auch das Vitamin A, das gut ist für die Augen. Gaube hat jetzt ein grosses Angebot an erntefrischen spanischen Orangen zu günstigen Preisen. Und jetzt kommen wir zum Gaube Extraspot. Über die aktuellen Hit-Aktionen passen Sie gut auf. Bis zum nächsten Dienstag gibt es zu Aktionspreisen 1 Kilo Weissmehl für 85 Kronen 8 Knorr-Suppen nach Wahl, der Beutel für nur 55 Kronen 880 Gramm Eier-Ravioli, Midi-Gastronom, kostet nur noch 2.70 Franken und 2 Becher Plantamargarine in der Festpackung nur 2.75 Franken und 2 Paar Wienerli gibt es jetzt für 1.80 Franken. Für nur 70 Kronen gibt es 2 Becher Tamtam, Schokolade, Vanille oder Caramell und 100 Gramm Nescafé Gold kostet es nur noch 7.90 Franken und der Nescafé Gold Espresso im 200-Gramm-Glas nur 14.90 Franken. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag gibt es den Frischbach-Butterzopf an 400 Gramm zum Selberbacken für nur 1.60 Franken. Und der Bohnencafé Jubilor in der 250-Gramm-Packung für nur 4.60 Franken und 500 Gramm kostet sogar nur 8.90 Franken. Ah ja, und jetzt natürlich zu unserem Wettbewerb. Schreiben Sie einfach drei Produkte, die Sie jetzt gerade gesehen haben, auf eine Postkarte und schicken Sie an das Go-Up Mittwochstudio, Postfach 4099 Basel. Und schon nehmen Sie Teil an unserem 5000-Franken-Wettbewerb. Einsende Schluss ist der 21. November 1977. Wiedersehen miteinander, bis zum nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020